Kommen nur Steine, dann brauche ich jetzt hier einen Turm. Wir benötigen Steine. Ah, ist ja ruhig. Bogenschützen bereit. Wir benötigen Steine. Nee, ich brauche keine Steine. Und los! Bam, bam, bam! Gnaden? Der Konspeicher. Vor allem habe ich die Klemmer gemacht. Wie können wir Lagerungsgeräte bemannt? So, da, das hin? Jetzt ist alles drauf, ja, ne? Ähm. Okay. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. So kommt der Stein. Lass mal einen Aufbruch. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Genug Leute habt, die auch mit Feuerpfeilen schießen können. Ja, bitte? Wie kann ich helfen? Dann. Muss ich eigentlich mal alle ersetzen, versetzen, versetzen, aber das macht gar nichts. Ich kann das. Ich kann das. So. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Es kann nämlich auch sein, dass wir mal die Tür hier zumachen müssen, damit wir die nicht auf dem Weg hier gekillt werden und die hier rüberlaufen und dann dadurch gehen. Das wäre nämlich richtig scheiße. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ein bisschen auf dem Weg. Waffen geschultert! Waffen geschultert! Da, da, da. Oh. Bereits! das vorratslager ist voll mein lord das vorrat war vorher gefällig es ist wegen dem ganzen pichter ok soll er zwei kommen ein feuer mehr anders werden wir da unten kommen wir haben jetzt auch am busschutz dabei der herr ist allgegenwärtig hat läuft schon hätte ich noch schnell langsam schnell lang zum schlangen und warum ist der große trupp kommt dann machen wir nämlich hier an feuer gefällig eure befehle feuer gefällig gut bin zur stelle die wege des herrn ist bezwungen wird gemacht und das schön gemacht in diesem gebäude gibt es keine arbeitszeit ein bauer befindet sich auf dem weg bin zur stelle waffen benötigt sei er ich würde sich jetzt aber wirklich noch einen turm machen und dann waren wir uns das holz zur stelle euer gnaden belagerungsgeräte bemannt dann die pechgeräben wieder aufbauen pechgeräben wieder aufbauen Achtung! Es werden Rekruten benötigt, sei er. Achtung! Achtung! Vorwärts! Hoch mit euch! Ich hoffe, der Ton hat jetzt was vom Mikro. Wir müssen es jetzt nochmal aufnehmen. So, wir machen da mal noch ein paar mehr, weil... Stände füllen sich. Ich weiß, das ist nicht der direkte Weg, weil sie sicheren müssen, aber ist mir sicherer, als wenn... Achtung! Es werden Rekruten benötigt, sei er. Der Gegner sonst noch meint, er muss doch... Achtung! Und los! Hier drauf! So, ja! Bogenschützen bereit! Achtung! Ich bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! So! Dann steht doch die Verteilung richtig gut, würde ich sagen! Noch mehr! Und da... 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 Problem ist, ich muss hier was versetzen. Weil, klar, im Moment kriegst du sie mit dem Vorratswagen, aber wenn du jetzt dran und Schleune dann drin legen, gehst halt rum, ne? Wollt's üblich. Mal den Ball hier verstärken, damit ihr auf jeden Fall nicht... Schöner aussehen jetzt, hauptsache. Gut. Theoretisch hätte ich natürlich auch noch mit Burggräben arbeiten können, aber... Das passt. So, man muss jetzt nicht übertreiben. Verteidigung. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ja, ich weiß, das finde ich so. Oh ja, das Bau ist sehr schön hier, ich bin voll. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Man. Den are coming. Ja, also ich glaube so langsam haben wir hier echt gut viele Leut, ne? Leute, noch ein Turm Bonen. Die Truppen des Schweins greifen an. Aber auch einige muss man auch dazu sagen. Wobei das Feuer egal ist, wie viel er da auf dem Haufen rutzelt. Seine Sache weg. Eure Befehle? Schnell gerade. Na, wie lauft denn ihr? Hey, 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 was macht denn ihr? Hey, 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 hey. Ach, weil das Tor offen ist. Kein Fehler. Bin zur Stelle. Ich muss sagen, dass wir uns kurz laden müssen. Ich gehe erst auf die hier, die hier. Lass mal rein. Weil wir haben jetzt auch einige Armbrustschützen, die da schon recht gut wegballern. Der Jäger mitschießt vom Sumpf aus. Das ist egal. Okay, jetzt haben wir gleich Bock. Es gehen viele. Wir wollen sich wahrscheinlich jetzt die Ochsen holen. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Dann sind sie alle nieder. Ja. Läuft doch. Das läuft doch. Kannst du noch die hier schießen? Das Tor lassen wir uns da schon zu. Hof. Äh, was? Die Burg hat Stand gehalten. So, weil das Tor offen ist. Okay, jetzt muss ich also doch anfangen, die Tore überall zu schießen. Ich muss jetzt entscheiden. Echt, ne? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ja, 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 ja. Das ist schon. Trinkt mir das Steinchen Zeug. Aber das Zeug läuft jetzt. Aber das Zeug läuft jetzt. Bin zur Stelle. Achtung! Es werden Waffen benötigt, seier. Jetzt läuft die Produktion auch mal hier angehen. Na ja, würde ich es so nett sehen. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Und noch eine Mühle. Das ist A und O war hier echt mal was für mich. Ich bin gewohnt, es ist die Burg zuzumachen. Bogenschützen bereit. Aber na ja, ich habe es ja dann falsch gestellt. Geld ohne Ende. Ich habe alles ohne Ende, ne? Ich könnte noch viel mehr Bogenschützen und so machen. Aber wozu? Es werden Waffen benötigt, seier. Waffen kaufen hier und dann noch mehr ausbilden. Es werden Rekruten benötigt, seier. Wir stehen zu euch. Stell ich die jetzt hinten hier vorne drauf? Vorwärts! Die Tür ist langsam voll. Achtung! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, seier. Das ist Tor. Achtung! Im Laufschritt! Noch welche drauf? Hast du da noch drauf? Ne, hier ist voll. Äh, es ist einfach voll. So, ja. Auch voll. Es werden Waffenspeicher ist voll, mein Laufschritt. Äh, hier noch nicht. Waffenspeicher ist voll, das sag ich doch. Jetzt mit Schwinden dahin. Das läuft. Gold fließt in die Schatzkammer, seier. Das Volk holt euch, seier. Oh, zu? Es werden Waffen benötigt, seier. Bereits eure Lordschaft. Mal ein bisschen Holz verkaufen. Das will abreißen, ist auch ne Möglichkeit. So, ein bisschen Lecker. Too much. Läuft's aber noch mit Mehl, mit der zweiten Mühle. Alles prima. Steinhammer 211. Alles gut. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Ja, ich hab schon auf Maximum. Holz sieht ja gar nicht aus. Jetzt kommen wir, jetzt tun wir den Menschen mal was Gutes. Achso, nee. Das ist ja Holz. Äh, Stein. Äh. Und ihr verschönert? Mai-Baum? Wollt ihr den Mai-Baum haben? Wuhu, 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 wuhu. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Schoß ausgerübt. Die Männer des Schweins kennen nur eins, den Sieg, und bald sind sie da. Jetzt war die Tüchtigkeit. Oh, das ist halt von daher, das bleibt jetzt so. Äh, die Flanken zählen ja glaube ich nicht. Aber nur. Die Truppen des Schweins greifen an. Lass sie kommen. Was? Mann, danke. Spielereien. Voll lauter Spielereien. Hier, voll verpasst, dass er schon kommt. Schieß doch mal. Einfach durchrennen, ja. Aber die werden schon abgeschlossen, bevor sie überhaupt durchkommen. Weil die inzwischen echte paar Ambuss-Schützen, ne? Die gut. Wow. Was bringt denn der da alles an? Respekt. Feuer, gefällig. Okay, ich hätte es nicht so früh anmachen sollen. Machen die Ambuss-Schützen nicht. Feuer, gefällig. Brutzeln sie weg. Schaut sie euch an. Oh nein. Ander dann zu. Und die zwei laufen außen rum. Ist ja so schön. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Okay, ich würde sagen, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ich frage, ob jetzt überhaupt noch ein Angriff kommt oder ob es so... Der Kornspeicher ist voll, my lord. Ja, was soll ich denn noch machen? Ich würde noch einen dritten hinbauen. Passbar. Oh, Moment. So. Lass mal wieder. Entschuldigung. Was war denn gerade passiert? Ich muss immer das Ding machen. Ah. Läuft. Okay. Passt schon. Achtung. Es werden Waffen benötigt, Seier. Beide bei euch allen. Mach mal gut. Ich brauche euch aufs Tor. Die schwarzen Mönche sind bereit. Und Marsch. Ich frage euch mal aufs Tor. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich werde immer stattlicher. Das ist Quatsch. Ja, das war's. Achtung. Die Gold, wir haben und alles, ne? Eine Botschaft des Schweins. Eure Tage sind gezählt. Sieg. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Nachdem ihr eure Aufgabe erfüllt habt, zieht ihr euch im Schutz der Dunkelheit in den dichten Nebel zurück. Hinter euch hört ihr die Flüche der Männer des Schweins, die das Kloster suchen. Okay, war mal geschafft. Juhu.